Ich bin Bettina Jarasch. Am Sonntag stelle ich mich zur Wahl, um Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden. Zwei Dinge sind mir besonders wichtig. Wir brauchen ein Berlin, das für den Klimawandel gerüstet ist und das das Klima schützt. Ein Berlin, das endlich das Mietenproblem löst. Das können wir schaffen. Gemeinsam geht das. Unser Problem sind eher diejenigen, die den Kopf in den Sand stecken und die so tun, als könnten wir einfach weitermachen wie bisher. Die Menschen, die heute beim Klimastreik auf der Straße sind, die zeigen uns eins. Es ist dringlich. Es geht um unsere Zukunft. Es ist unser Berlin. Gehen Sie wählen. Wählen Sie grün. Mit fünf Stimmen. Ich danke Ihnen.